Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die neuen Dienstage zu Ehren der heiligen Mutter. Die neuen Dienstage der heiligen Mutter sind zu beten, während eine geweihte Kerze brennt. Dieses Gebet ist so kraftvoll, dass vor dem Ende dieser neuen Dienstage dir, was du erbittest, geschenkt werden wird, gleichgültig, wie schwierig es auch sein mag. O heilige Martha, du Wunderbare, ich nehme Zuflucht zu deiner Hilfe, mich ganz auf dich verlassen, dass du mir in meinen Nöten helfen und in meinen Prüfungen beistehen wirst. Zum Dank verspreche ich dir, dieses Gebet überall zu verbreiten. Bei der großen Freude, welche dein Herz erfüllte, als du in deinem Heim in Britannien den Heiland der Welt beherbergtest, flehe ich dich an, bitte für mich und meine Familie, dass wir unseren Gott in unserem Herzen bewahren. Und also das Heilmitte für unsere Bedürftigkeit zu erlangen verdienen, vor allem bei dieser Sorge, welche mich gegenwärtig bedrückt. Ich lehe dich an, du Helferin in aller Not, besiege die Schwierigkeiten, so wie du den Drachen besiegt hast. Bis zu er zu deinen Füßen lag. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Entführe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfangswoch, jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, Mutter, bitte für uns. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Maria, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Maria, bitte für uns. Vielen Dank.